Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 mit einem ganz geilen Commentary, was ich heute für euch vorbereitet habe. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Such- und Zerstören-Spiel auf der Map Turbine. Mit dabei ist der Lupus Wolf 18, der Conny Batz und natürlich noch Mackie Man. Ja, der Moin Clan legt sich mal wieder ins Zeug hier auf der geilen Map Turbine. Mit der L-Sight bin ich heute ausgestattet und dem Kampfmesser. Geil, man. Heute machen wir einen Kill. Komm, heute rocken wir die ganze Map, weil der Moin Clan ist heute am Start. Drei offizielle Mitglieder schon am Start und ihr braucht keine Elite oder irgendwas anderes. Sondern ihr müsst nur ein Abo von mir sein und dann könnt ihr rein. Und wenn ihr natürlich noch anschreibt, möchtet ihr in den Moin Clan rein? Ja, dann kann ich sagen, gut, du bist dabei und dann erscheinst du in jedem Video, was ich mache, in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt hier ein geiles Gameplay erzaubern. Möchtet ihr vielleicht etwas sagen? Wer ist denn hier noch am Leben? Also, es ist keiner mehr am Leben. Das macht gar nichts. David YouTube Games, komm jetzt einfach mal nach oben laufen und für euch einen guten, guten, geilen Kill machen. Wie könnt ihr dann in der Killcam anschauen? So, ich bin heute richtig positiv. Nein, ich bin tot. Wie konnte das passieren? Leute, das müssen wir uns analysieren hier, was da passiert ist. Zwei Leute gehen rein. Da bin ich. Der läuft ja die ganze Zeit hinter mir. Ich hätte mich nur umdrehen müssen. Ach, Leute, Mann. Das gibt's doch gar nicht hier. Na, warte. Jetzt kommt Runde 3, Mann. So, jetzt sind auch meine ganzen Leute hier online. Ja, sag einfach mal was. Hallo. Hallo, jo, was geht? Ey, lass ihn doch durch hin. Lass ihn durch. So, folgen wir mal Lupus Wolf. Lupus Wolf 18 ist übrigens der Kohli da hier. Ja, aber es gibt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen weg. Ja, Farmblemodus drin. Wir nehmen es denn alle blau hier. Ah, nein, Leute. Hey, hey, yo, Bro. Kein Problem, warte. So, jetzt folgen wir mal Conny Batz. Die TAC 44 ist am Start. Yeah. Hau rein. Boah, Schalldämpfer brauche ich gar nicht. Ich nehme immer die Anfangswaffen. Alter, schon wieder verloren, ey. Schon wieder 0 zu 3. Ja, das liegt ja auch ganz, das liegt ja am Team, am anderen Team liegt das. Hallo, YouTube-Leute. Ihr müsst mal gute Leute in Moin-Clan ansehen. Äh, wie ich Kui-Vatz kommt. Man, oh Mann. Selbst der Moin-Clan hat gegen Camper keine Chance. Kein Problem, wir können das Ding immer noch gewinnen. Machen wir jetzt das Wunder vor Moin-Clan wahr. So, halt nach vorne. Wie bitte, Conny? So. Hey, jetzt piechst mein Headset wieder. Boah, ich seh die Sniper schon, die sind auf dem Ding. Da ist einer. Yes, hab einen erwischt. Wer war das? Och, scheiße, jetzt wollte ich grad die scheiß Elsa nachladen. Ich bin auch so ein Idiot. So. Wen haben wir hier noch? Lupus-Wolf-18. Nee, kommen wir. Von mir, Conny Batz. So, Conny Batz ist ein sehr guter Spieler. Er kann sehr viele Sprachen sprechen, was ich sehr cool finde. Er kann Englisch, er kann Spanisch, er kann was weiß ich. Er kann bestimmt auch Chinesisch sprechen. Und er kann natürlich auch gut zocken. Das sieht man schon. THC-Clan habe ich auch schon gesehen. So, jetzt scrollen wir einfach mal hier schnell zu Mackie-Man. Da ist er. Die B2-R3 irgendwas hat er dabei. So. Ja, Mann. Das ist auch ein Moin-Clan-Mitglied. Könnt ihr auch dazu stoßen, wenn ihr möchtet. Braucht keine Elite dafür. Das seht ihr alles dann im Clan-Video. So. Wenn du das Ding jetzt reißt, ist Mackie-Man ein. Dann reiß dich aus. So. Conny Batz ist auch noch am Start. Boah, da ist das geil. Mit einem Totenkopf drauf. Ja, komm. So. Hier, man muss noch machen, ja. So, ich höre die ganze Zeit hier. Hört ihr das vielleicht auch? Ich höre im Hintergrund ein paar Vögel zwitschern. Ja, da war einer. Conny Batz. Das musst du hoch. Schafft das noch, Leute? Schafft das noch? Conny? 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 Conny hat es nicht mehr geschafft. Leider. Jetzt schauen wir mal an, was passiert ist. Gut. Er knallt ihn ganz normal ab. Hey, Klitscher, ja. Leute, das war das kleine Live-Commentary vom Moin-Clan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 0 zu 4. Das interessiert uns gar nicht, weil die anderen haben nur gekämmt und da kann man nichts machen. So. Also. Euer Conny Batz sagt tschau. Euer Lupus-Wolf-18 sagt tschau. Und euer Mackie-Man und euer YouTube-Gamescom sagt tschau. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschau. Bis zum nächsten Video.